Das Leben ist kein Wunschkonzert, doch jedes Leben ist ein Wunderwerk. Das ist die Message von Genetik's neues Konzert, die wünscht ihr was. Und sie bleibt ein paar wissen genau, was sie lieben. Ich bin früher aufgezogen, habe die Stimme geschlossen, wir haben uns dann durchgeschlagen, versucht nur mehr an Kunden zu kommen, das hat mich wirklich geprägt. Zu der Zeit, der Herr Huber auch sicken, da sind die beiden Kinder, also ein Unterhalt, ein paar Kinder und sie gehen.